Ja, und ich habe halt immer an mich geglaubt. Und ich habe ganz, ich sage euch ganz ehrlich, das war so, ich habe manchmal ein Spiel geguckt und dann dachte ich, aber ich sehe doch aus wie einer, der ins Fernsehen hat. Ohne, weißt du, ich meine, damals noch nicht. Und weißt du, weil du musst ja auch irgendwie dein Selbstbewusstsein selber eben aufhören, wenn es kein anderer macht. Also wenn du nicht diese Unterstützung kriegst erst mal, die man eigentlich so gerne will. Und die kam ja dann auch. Und du warst ja auch da. Aber trotzdem waren dir ja auch irgendwo dann die Hände gebunden und da. Es gibt dann, es muss dann noch mehr irgendwie passieren. Und dann irgendwie, und natürlich auch mir selber auch, ich bin ja auch stärker geworden, weil ich dann den Weg gegangen bin als Bülent, der Figuren spielt. Und ja, und so kam das dann. Und ich habe immer an mich geglaubt. Aber es war ein sehr harter Weg, muss ich sagen. Ich bin jetzt im Nachhinein froh.